Hallo, ich bin Dara Madovidyananda. Du weißt vielleicht, dass die menschliche Welt daran arbeitet, eine menschlichere Gesellschaft zu erschaffen. Eine Welt ohne Krieg, Armut und Ausbeutung. Das ist machbar. Und dazu wollen wir nächstes Jahr einen Sitz im Europaparlament gewinnen. Von Brüssel aus werden wir jeden Tag daran arbeiten, das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern. Und das Leben von Millionen von Tieren und Pflanzen zu schützen, vielleicht sogar zu retten. Wir werden jeden Tag daran arbeiten, konsequenten Umwelt- und Naturschutz zu verwirklichen. Sodass das Artenaussterben umkehrt. Sodass wir den Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum zurückgeben. Sodass unsere Lebensmittel nicht vergiftet werden. Wir werden jeden Tag an der Abschaffung von Massentierhaltung arbeiten. Wir werden jeden Tag für soziale Absicherung und Gerechtigkeit arbeiten. Das heißt für Verbraucherschutz und Frauenrechte zum Beispiel. Wir werden in Brüssel keine Zeit mit unnötiger Bürokratie verschwenden. Sondern unsere Zeit für das Wohl aller Menschen, für Veränderung für das Wohl aller Menschen einsetzen. Um einen Sitz im Europaparlament zu bekommen, brauchen wir etwa 250.000 Stimmen. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die uns wählen würden, wenn sie uns und unser Programm kennen würden. Durch Aktionen, Kampagnen, Veröffentlichungen, durch Marketing und Werbung wollen wir genau das erreichen. Und unser Team ist bereit, alles dafür zu tun. Und unsere Partner sind auch mit Herz und Seele dabei. Wir sammeln jetzt die notwendigen Gelder dafür. Unser Ziel ist für die Europawahlkampagne 250.000 Euro zu sammeln. Du kannst dazu beitragen, die menschliche Welt ins Europaparlament zu bringen. Mit deiner Spende. Dazu laden wir dich ein. Und ich bitte dich darum, uns zu unterstützen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.